hallo und herzlich willkommen in der zweiten folge hier der karte von thürich ich stelle unseren abfahrer für sammler wieder ein globaler tag aktiviert somit kann ich doch verkaufen und das machen wir mal das letzte mal ja nicht verkauft gehabt sagt gut verkaufe gar nicht der bauläger hier brauche ich hier und sonnenblumen verkaufen maximal bestätigen das werde ich bei gelegenheit in der marsch verarbeiten so diesel aber aktuell ist da noch genug da beziehungs an der arbeit schon an ja hier irgendwas ist hier faul weiß nicht warum aber irgendwie und er ist hier fällt der will arbeiten die ein nordost ist er das habe ich hier eingestellt müsste eigentlich funktionieren so hier auch mal aus 1 38 nordost wieder einstellen nach erde auftanken okay naja sollte reichen normalerweise auf geht was ist noch da und günstig und der macht zumindest die erste anstalten für ein abkippen warten wir eine weile bis sie sich alle entsprechend das ist ja erledigt schon 60 wird noch nicht mehr fahrer einstellen vier reichen eigentlich so mal gucken mal aus ändern wir ab auf nordost noch mal zu feld 38 vielleicht dass er daran weil sie nicht genau ost hat aber nicht gefunden also mal umschluss dort besser ist wird sich zeigen glaube ich ja nicht aber versuchen kann man ja mal und was fahren sie immer die runde und ist typisch aber gut die ziemlich viele fahrzeuge das nicht gut aber ist halt so da dürfte alles frei sein jetzt ja dann kann man fahren gut dann mal warten bis da was kommt mit dessen tun wir dann nur aller ruhe verdichten Anführungszeichen beziehend ja verdichten und hier müssen wir drauf bringen das ist ja nütz ja auch nix ich will es hier mal zu machen können dazu machen wir mal sehen ganze Häcksel gut hier rauf bringen so bisschen geht er noch rauf und da wo nicht geht geht es halt nicht ne so ok möchte er noch nicht hier vorne soll da nicht mit ihm kommen ungefähr vier Minuten sollen reinpassen glaube ich dann lässt man so viel rein gekriegt und probiere es halt mal aus ne er fährt einfach nicht weiter wenn man so tief macht ne also macht er einfach nicht voll eine größere schaufel geht nicht da wird er sofort die meldung kommen ey du wirst du oder beziehungsweise er würde vorne kopf über einfach stecken bleiben ist zu schwer mit schwung mit schwung na der erste fertig kurz bis schmails ja wir werden rausgekommen ne ist nämlich schwierig rauszukommen sinds los ein bisschen soll da reinkommen also soll ja gut gefüllt werden da auch schon zu voll und von Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vorwärts Untertitelung des ZDF, 2020 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 So und jetzt haben wir hier, musst du erst schon mal einen finden, da ist das ganze er oder sie, möchten nicht, möchten gibt nicht, nach Ost, muss nur losfahren, so, jetzt gelingen, hier kann man übrigens einen Streckenfehlerprogramm finden und dann suchen, das werde ich mal bei Gelegenheit machen, so, ich muss mal ein bisschen Schwung bringen, das heißt, ich fahre hier nochmal persönlich an, im Jaguar, wenn man der fährt, dann fährt der andere auch und dann kann er weiterarbeiten, ne? Dann kriegen wir das Bodennebel, sieht so aus, ne? Diffuses Licht hier von der Sonne, früher Herbst, sechs Tage haben wir noch, zum Pflügen und für die Aufsahrt, ich hoffe noch Raps, hoffe, denn sobald wir durch sind, dann können wir das machen. Aber jedenfalls, so, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein, Leute, ich freue mich jetzt auch für das Ende, das ist ja halt so, ne? Dann sagen wir mal, tschüss und noch tschau, aber schön, danke fürs Reinschauen, ja, morgen geht's dir weiter hier, auch wenn wir mit Mais bald fertig werden, tschüss, noch tschau, ja, vielleicht geht's morgen weiter, ich bin da, der Gibber, tschüss!